Jetzt wo Mara eine neue Ability erlernt hat und sich in ein, ähm, ja, in ein Papierbund verwandeln kann, können wir hier in der Piratenhöhle nun weiterkommen zusammen mit Bart-Omp und all unseren Kumpel. Eigentlich sind alle dabei. Das sind alles große Fans, das sind alle hier mit am Start. Und Schutz. Und raus. Aua. Oder auch nicht, das war zu früh. Mist. Bumm. Fahre ich immer bei den großen Stellen? Ah, das soll so ein Hinweis sein. Boah, das war immer noch ziemlich knapp gemessen, wenn ihr nicht fragt. Alright, hier gab es glaube ich nichts, obwohl die Wand da hinten schon ein bisschen komisch aussieht. Wie das Lichtverhältnis sieht ja komisch aus. Aber ich glaube, da ist nichts. Ich weiß auf jeden Fall aber, wo etwas ist. Äh, ich glaube aber nicht, dass ich sie hier benutzen möchte. Ich glaube, mit Barbara hier bei den Feuergegnern ist keine so gute Idee, wenn ihr mich fragt. Aber mich fragt ja keiner. Ich werde nie gefragt. Oh Mann. Komm schon, Spiel, was soll denn das? Juhu. Wir suchen hier irgendwo noch eine Platte. Wo wir uns in ein Boot verwandeln können, um dann längst die Kurbel zu finden. Was sie dann macht, die Kurbel, das werden wir dann herausfinden. Vermutlich irgendwas von Wasser fallen oder so. Barbara. Ich need you again. obwohl es eigentlich nicht voll dumm hier bar zu benutzen wir sind ja dann unter dem boden also in den stacheln drin naja ich verstehe phantom welt hier nicht da war eine plattform aber jetzt nicht noch eine da waren wir lang warte mal hier links gibt es nichts das ja alles abge haben wir schon verpasst die plattform dass der endstation warte nehmen haben wir schon verpasst ich bin zu weit gerannt klar hier ist doch frei ist ja irgendwo das auch ein höheneingang hier ist dann vielleicht irgendwo hier gewesen hier hört es auf hier kann man außen rum gehen hier ist ein boot hier vorne ist noch mehr und hier hört es aber auf jetzt habt ihr mich komplett verloren oder ist vielleicht oben auch im wasserfall und man kann von oben in den unteren raum gelangen hier ist auch ein wasserfall das könnte sein also wenn dann muss es hier oben sein aber hier ist es ist das ist die plattform mal sehen also ja es ist es aber jetzt hier oben vielleicht noch irgendwas kann man da hoch kann man nicht springen oder sonst eine aktion machen kann man machen 1 konnte man ja auch noch tauchen das muss ein sehr besonderer ordn sein mal sehen verteidiger p-orden verteidigung deines partners steigt um 1 aber kostet 5 op und ich habe die sparmhütte reingetan ach komm für meine partner mache ich das wieder rein verteidiger p- das ist schon geil haben wir eigentlich einen normalen verteidiger ordn ja den haben wir den habe ich aber nicht ausgerüstet egal da haben zumindest meine partner mehr verteidigung aber ihr seht das was ich vorhabe mit bei bei den orden muss ich um einiges mehr op leveln einiges mehr und wisst ihr was das werde ich auch tun ja das habe ich zumindest vor das habe eine entspannte ruhige nicht rumschreiben schiffsreise hier mit den wellen mit dem wasser gespritze im coolen papierboot was uns zeigt wie unsere internetverbindungen aber leider ist die reise schon wieder vorbei und wir sind da bei der kurbel eine kurbel die perfekte eine ganz bestimmte öffnung zu passen scheint in eine ganz bestimmte ah ja okay nein stopp das ist falsch wir können von hier jetzt einfach zurück springen genau so genau außer das jetzt und ich glaube wir können auch einfach zum mini oschi rüber und ja ich glaube ich schnell dadurch easy kein problem wir sind so schnell unterwegs haben das ganze rätsel ja schon easy gelöst und nun fehlt nur noch die kurbel anzufertigen und zu drehen ja oder zack das war es auch ein tor öffnet sich das wasser kann abfließen also wie das fast das entboten ist ein fass was kann man immer zurück wir sind garantiert immer geister ja ich habe es auch gehört aber auch warte doch mal kommt noch rüber mit joshi aber kehrt um soll das vielleicht wirklich soll das wirklich heißen dass wir jetzt nach links weiter sollen ich weiß ja nicht was das verändert jetzt wo das wasser woanders hinreisen lassen sage ich mal was verändert das wenn er sagt kehrt um vielleicht meint er ja wirklich so hey kehrt um da gibt es was neues ich weiß nicht irgendwie würde ich das mal ausprobieren was könnten das gebacht hat nie warte mal wenn das wasser nach unten jetzt fließt und wir rechts doch einen weg hatten der uns nach unten geführt hat vielleicht soll das bedeuten also vielleicht sollen wir eben nicht zurückkehren sondern genau das gegenteil wir sind nach vorne gehen wie ich habe hier mein big brain gerade aktiviert aus ist es falsch dann ist traurig aber vielleicht ist jetzt mehr wasser oder so keine ahnung es wirkt bisher noch nicht anders als muss ich das hier wieder machen online ach komm ernsthaft der letzte frame hast diesen raum auch ein bisschen spannend ne ne barbara wurde erwischt bis gesehen ja es ist alles gleich hier andererseits schaut mal wer bist du kao du kangaroo oder was machst du da das sieht zu einfach aus ich meine hey zumindest kann sie uns sagen wie tief das wasser ist ne aber schaut mal hier da ist jetzt frei müsste das nicht bedeuten dass sich jetzt hier was verändert hat theoretisch schon oder ach komm mario jetzt stelle ich nicht so an verdammt kommt schon bitte spiel sagt mir ich bin hier richtig ich bin ja nicht richtig ich weiß nicht wo es lang geht da geht es oben weiter ich bin ja glaube ich komplett falsch wieder oder bin ich falsch dann werde ich auskühlen nach dem weg suchen oder habt ihr vielleicht einen hinweis fahren wir doch oben am großen wasser von noch einmal als schiffluss und sehe nach was hinter der schleuse liegt ich hätte vielleicht direkt erst mal mit grüder reden sollen die hinweise sind wirklich sehr nützlich ich unterschätze die immer ah ja recht zurück jetzt verstehe ich auch jetzt verstehe ich auch jetzt verstehe ich auch ein bisschen angenabert von dem piranhas im wasser ich mache jetzt gleich tot ich muss dann vielleicht mal ganz kurz noch mal einen pilz fressen ja ja ich habe es verstanden unten bei diesem raum mit den stacheln die aus der wand raus ragen unten sind ja diese wellen da müssen wir lang da müssen wir hin das ist auch unten das tor offen was wir gesehen haben aus dem grund ist offen aber erstmal möchte ich herausfinden ob man nach links kann ob da vielleicht wieder ein geheimer weg ist deshalb erst mal nach links gut dass mich die gegner nicht wirklich sehen kann ich nicht lang ok aber ich kann hier lang ich kann auch bestimmt nach links und dann irgendein secret finden 96 ok na gut habe ich zumindest mal abgecheckt und ausprobiert so jetzt wird ein bisschen dauernd es gibt ein paar screens hier aber ja hier lang genau wir sinken aber wir kriegen keinen schaden wir verlieren nur zeit was ja nicht wirklich ein thema ist gerade hey was soll das denn hier ist der donkey kong der die ganzen wellen macht oder was hallo knapp die hinteren sieht schön aus da hinten finde ich ok was haben wir nun schade ich kann es nicht retten ich kann die ganzen sachen noch mitnehmen verkaufen hey seht mal da auf dem wasser ein boot oh schau mal wow je also warum sind da so viele toads ein boot hey da hier hilfe warum sind da so viele toads und warum sehen die auswärtig schon länger alles geld okay hey ihr toads wie komme ich zu euch weite Freunde wir sind die ganzen sachen mitnehmen verkaufen leider nicht was sind denn das alle rein zu klein papier zu schwer man sorry aber ich bin kein tod ich bin Mario Freunde ich sehe mich nicht die haben schon wieder die hofft darauf gegeben aber das schifft am hintergrund ja genau das hier ist nämlich ein bisschen an der eiland kursar nee an die an die kursar nee kursar hieß die kursar das schiff wir waren das schiffen hat nämlich das okay wir müssen ein paar schalter aktivieren um ich hatte mal den tot zu retten zu helfen irgendwie so wahu jahu jahu ja wo welche röhre mich hinführt das glaube ich offensichtlich nein der Papierflieger nein stopp hier unten wir müssen zu jedem einzelnen hinfliegen hab's verstanden eigentlich ziemlich straight forward ganz simpel plopp oh das erste Fass ja wir retten sie gleich alle aber irgendwie ich habe das Gefühl der Hintergrund ist immer so richtig komisch vom Artstyle her im Vergleich zum Vordergrund ist immer so so ein bisschen billiger auch wenn ihr wisst was ich meine ich meine okay hier ist einfach nur alles so gekritzelt wenn euch die Stahlaktiken Stahlaktiken wie kommen die heißen wenn euch die mal auf der Decke da anschaut das ist ein bisschen billig gezeichnet aber ich meine sie machen ihren Job ihr seid frei seht das nicht doch seht das nicht doch Aho ich meine die Fässer kommen wir ins Ufa vorwärts nicht quatschen einfach an Land gehen los vorwärts ein nach dem anderen wir schaubsen wir schaubsen ja 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 was die denn für beiden ach das oh mein gott das war die Tochter von dem Mafiaboss mit seinem geliebten die waren hier gefangen hätten wir sie nicht gerettet dann werden sie zusammen mit den Toads naja das wollen wir uns nicht ausdenken aber auf jeden Fall wäre etwas nicht schönes passiert du würd mal hallo sagen wenn ich den Flug schaffe oh hab's geschafft schön das klappt keine ahnung wie du her kommst aber du hast uns gerettet wir wollen den piraten schatz auf dieser insel leben auf aber auf dem meer wurden wir von geistern angriffen und jetzt sind wir hier aber das ist doch mario kennst du mich noch alter mauns tochter palmina und romanz ist natürlich auch hier sind also mit papas erlaubnis auf dieses schiff gestiegen aber als unser schiff an dieser insel vorbei kam er weiß dasselbe jedenfalls sind die gericht aber den piratenkönig war es kannst du mir aber sie seit seit chapter 3 hier ich hab da fünf war zwei ganze schäfte hier gefangen deshalb sehen die tor auch so aus und da vorne der rechts ist das schon mal der anführer aber sagt maria was du es eigentlich hier papa wird dich doch nicht etwa geschickt haben und zurückzuholen das nicht was das ist dem piraten schatz und das gerne will der schatz der ganze näher sein bewacht vom geist des piratenkönigs ich glaube du könntest beraten könig cortes besiegen ja so fast diesen korte besiegen dazu die situation gebracht hat okay ich bin händler habe ich einige ganz exquisite waren für das angebot hast du das ahrensirup da reißt du mir nicht aber den ahrensirup den nehme ich mit dankeschön ich finde es lustig 20 münzen für ein item was zehn baby wieder herstellt das ist okay ob sich zehn und minzen also zwölf münzen ausgeben mich komplett voll zu halten das zu viel das ist nun mal die mike logik das ist ein händler da muss man ganz genau wie wir hier gelandet sein bestimmt hat eine händchen fürs geschäft weil es sich schließlich um einen handelnden händler handelt ja eingeschränkt hat er wird so mager sicher hat dafür durchgemacht hast du bist da sie hergekommen aber da gibt es ein problem das geht dann nur wenn man ein papier bot ist oder richtig eingeschränkt hat man mag er wohl auf diese insel gekommen sein ja wie andere nicht lieber als der schatz wäre uns ja ein ausweg von hier aber wo mag der sein er hat das besiegt wir haben wir hier bleiben und ganz glücklich nachdenken warum ist er hier alleine eingeschränkt hat er gehört zu den matrosen auf dem anderen schiff wir sagen wir nur wieder ans tageslicht kommen ist ja alleine ein paar mounds doch der mina anscheinend ist ja auch auf der insel gestandet aber sie wird ganz ruhig ob wir das wohl alles völlig egal ist romanz und ich wir sind noch immer verliebt wie am ersten tag aber palmina doch nicht vor allen Leuten hier ja bei mir das geliebte romanzer anscheinend ist er auf der insel gestandet und hier wird er immer noch von palmina herumkommandiert das ist schräg das ganze aber na gut ich will mich da nicht einmischen deren liebesgeschichte und erschreckt tschuldigung also ich bin dir in die höhle gefolgt aber dann habe ich mich verirrt irgendwie bin ich aber doch bisher gekommen ich kann nämlich schwimmen anders als du also bin ich jetzt hier und ich bin das fürchten mich ich habe nämlich kein perfüm haha du schon wie ich weiß jetzt ich werde das sternjouwel ist auf dem piratenschiff natürlich ist da auch cortes dem piratenkönig ich werde du machst den fertig mario das schaffst du doch oder ich zähle auf dich die anderen natürlich auch ja ich weiß schon was davor hat der wird wahrscheinlich dass wir den besiegen stände wir schnappen und dann schafft er es vor unseren augen wieder weg dürfen ihn aber nicht zulassen wir wissen generell das nicht zulassen ich jetzt eigentlich aus ja doch ist okay aus wir können eigentlich jetzt schon den kampf machen das ist ein schiff hier ja piratenkönig cortes schiff vielleicht in seiner kajüte das alle hoffnung fahren wir drehen und so wir kämpfen jetzt sofort auf der stelle kein warten mehr nicht nächste folge jetzt bleib fern von meinem das so wie siehst du aus endlich widersprechen wie ein normaler pirat warum sieht er aus wie ein gasterblaster bleib fern nein hau ab beim klabautermann landratte ich habe mir einen schatz zusammen und du willst ihn mir stehlen wo wachst es das hier ist mein revier verstanden und dann würdest du das nicht kapieren pass auf ich mach dich so viel schmähl du bist du bereit boah bosskampf sind wir schon im finale von dem chapter ich meine ich mag die kurzen chapters die sind insgesamt richtig cool zusammengeboten zusammengeboten was ist das für eine monströsität was zur höhe also ja das bin ich an einem könig aber ein bisschen tot oder nicht was ich meine das ist cortes die leite dieser gegen früchten noch immer diesen geist des piratenkönigs 20 kp für angewandte verteidigung erscheint wenige kp zu haben dafür hat er als geist aber viele leben außerdem könnte einige besonders fies attacken ein gefährlicher gegner also du sollst ihm ganz einfach so viel schaden zu fügen wie du kannst maria dann wirst du diesen elenden geist und irgendwie besiegen können du meinst er kann sich immer wieder aufrappeln wir müssen ihn mehrmals besiegen warte mal beinhaufen habe ich habe doch cortes gescannt was ein beinhaufen was soll ich mit dem beinhaufen verstehen sollen wir den erst mal besiegen ja es tut immer weh das kann man ihm nicht schaden ich weiß es nicht sticht er uns ab hier so eine blutende wange ich glaube springen können wir da nicht drauf wir sollten vielleicht professionellere hilfe holen von jemand anderem war dann vielleicht er könnte vielleicht ja bisschen mehr hilfreich sein sonst weiß ich nicht wer uns helfen könnte so kollege nächste runde ist ein haufen weg haha eingefroren du idiot ich weiß ja was richtig ist was ich mache aber es wirkt auf mich auf jeden fall richtig erst mal vielleicht so einen haufen anzugreifen oder so ok die musik geht richtig ab hörte das ja weil ich die musik mal wieder zu laut aufgedreht habe dann hört es auf jeden fall ja er lässt seine waffen fallen hä was zum oh ich hatte eine neue form das ist eine zerrweltform migrantier da bist du es ok ähm können nochmal sein beinhaufen angreifen ich hätte ein bisschen die ganze zeit kaputt machen aber ihn selber angreifen wird wohl nicht na gut wenn das so ist dann immer wieder den hammer rausholen ich fasse das nochmal wieder zeitbombe glaube ich nein tue ich nicht ich traue mich nicht ich würde die erstmal nochmal üben fürs nächste chapter bei diesem bledernen toad unsere sternpumpe sind aufgeladen die könnte ich auch mal verwenden wie idiot höh das ist gar nicht gut freunde überhaupt nicht powerring kreisen wir das ding da unten rechts mal ein oh die steuerung ist aber komisch hier vorne was das geht nicht ach ihn muss ich angreifen ach shit ach shit nein komplette verschwendung ach als ob wo hätte ich das denn wissen sollen ich muss ja gerade auch unten das ding angreifen aber bei der stern da musst du seinen kopf angreifen warum warum das anders ist seine knochen sind so schwer machen so viel schade stimmt sein körper ist tender geworden dadurch seltsam naja was hast du uns noch zu zeigen zu form hau raus kollege oh oh ja keine chance äh oh oh ok das ist wahnsinnig gut hier ähm ja das war wirklich klar wir müssen jede einzelne waffe angreifen ach warum macht die Feuerwehr mit drei schaden nicht vier ok warte ich hab ne idee ähm passt auf scheuenlage hat es euch gefallen ja hat es euch genau gefallen ganz gut ja es hat ihnen sehr gut gefallen versuche es mit dem maxi beben ich hoffe der kommt nah genug ran an die oberen fliegenden items jedenfalls ist das jetzt mal der taktik und ich werde es versuchen es könnte funktionieren ist von den klappen ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren dass ich das jetzt auch nicht verhaue vorhin habe ich nämlich versaut und da war der kampf sehr nervig komm schon komm schon komm schon ein zwei mal noch komm letztes mal hier oder 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 ja nimm das ja bamm seine waffen sind kaputt ha aua er beißt uns hast du ein problem oder was was und sie geht sich richtig ab feiert das Ich glaube, wen hole ich da? Wer kann am besten springen? Na? Na, obwohl? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es hier keiner gerade gut. Sonst mach du vielleicht was anderes. Kannst du mal Mario heilen. Der hat gerade Gealing nötig. Vielleicht ist der tot. Tropfpilz. Gibt es mal Mario. Mehr KP. Okay. Was auch immer das bedeuten soll jetzt? Schlapp-Attacke! Ich hoffe, er ist der nächste Runde down. Wahrscheinlich nicht. Au, au, au! Der gewinnt noch. Der hilft nur noch. Und jetzt kommt die Korte. Er spielt einen Tag. Hüte dich vor meinem Zorn. Was zum? Alter, er frisst mein Publikum. Plus 50 halt, dass ich ist. Klar. Warte, das heißt, wir müssen schlechter spielen? Oh mein Gott. Nein. 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 Oh hell no. Ähm. Das ist schrecklich. Absolut schrecklich. Ähm. Barbara. Feuerzauber. Setz dir alle in Brand. Ah, 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 ah. Ja! Der Schandt ja! Bumm. Oh, danke Barbara, dass mir das Leben gerettet. Es war richtig viel BP, aber es lohnt sich. Oh nein. Okay, er brennt zumindest. Kriegt ein bisschen Schaden dadurch. Sehr, sehr nett. Okay, ähm. Noch eine Stoff-Attacke. Bam. Und du? Erreichst du ihn damit? Ja, okay, sie hat lange beide. Habe ich verstanden. Sehr gut. Wir haben ihn nie. Da ist halt noch ein Ass im Erbel. Was war gerade sein Ass im Erbel? Ich habe mich ziemlich erschrocken damit. Ich dachte, ich würde jetzt verlieren, aber nein. Ich habe mehr Ass im Erbel, als du zählen kannst. Hey, was soll das? Holt da hier nochmal alles raus oder was? Aber du darfst den Finisher machen. Den Finishing Blow. Wenn ich treffen würde, dürftest du es. Egal. Besiegen wir ihn erstmal. Ja, ist ja auch so. Okay, passt schon. Ist okay. Boah, kriegen wir viel. Ja! Oh mein Gott! Doppel-TXP! Schatz, was ist das? 32 kriegen wir jetzt? Oh! Was? 100 Münzen und 64 Erfahrungspunkte. Also, wenn das nicht crazy ist. Oh mein Gott! Endlich mal ein guter Zauber. Nein, das reicht nicht. 2 Level-Field. Nein! So fühl ich mich auch gerade. Mein Scheiiiitz! Also. Was? Hey, ich bin ja noch da. Zum ewigen Leben verflucht, weil ich meinen Schatz und liebe und die Menschen hasse. Und wenn ich besiegt werde? Tja, ich bin ja schon tot. Ich liebe meinen Schatz. Hab nur keine Lust mehr, ihn dauernd zu bewachen. Äh, o-okay? Was? Du bist gar nicht hinter dem Schatz, Herr? Aber wieso bist du dann extra hier bis hierher? Äh... Äh? Was? Das ist alles, was du willst? Das Ding? Bloß diesen lausigen Stein? Ist dein Ernst? Aha. Ah, gut. Dann sollst du den Stein haben. Kein Problem. Egal. Ein Juwel mehr oder weniger. Was macht das schon aus? Besonders hübsch finde ich ihn auch nicht wirklich. Also. Hä? So dunkelblau, der passt überhaupt nicht zu meinen gelben Geschätzen. Ja. Ich weiß nicht, ich mag ihn nicht. Du kannst ihn haben. Danke für den coolen Kampf. Äh, okay. Ich höre zu, so einfach geht das. Du erhältst dein fünftes Sternjuwel. Sternenergie ist jetzt bei 6. Wir lernen der Attacke super fit. Und beenden somit mal wieder ein episches Chapter. Ja, wir haben es geschafft. Ja, oder wird es? Das war ein richtig geiles Chapter. Zwei Chapter hintereinander, die richtig geil waren. So besiegte Mario den Schrecken der Meere, den Piratenkönig Cortez. Mit dem Sieg über den Piratenkönig erhielt Mario das fünfte Sternjuwel. Cortez aber wird sich in Zukunft wohl von vorbe... vorbeifahrenden Schiffen fernhalten. Die Frage ist nur, wie unsere Freunde von der Insel fliehen sollen. Und dann gab es da noch eine Kleinigkeit, die man nicht vergessen sollte. Und zwar... Na, so gut. Du hast, was du brauchst. Mach, dass du wegkommst. Aus dem Fenster springen? Logbuch O-Stern-Tag-Stern-Monat. Es ist unglaublich. Wir sind wirklich am Ziel. Wir haben den Schatz aus Piratenkönig Cortez entdeckt. Ja? Haben wir ein Souvenir mitgebracht für... ähm... Fugusario? Warte, wo sind wir hier überhaupt? Wir springen aus seinem Fenster raus, warum auch immer. Aber was sollen wir hier? Ich schätze, wir finden es in der nächsten Folge heraus. Wenn ich die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal genauso gehypt seid wie ich. Auch wenn das... große... Hype... der große Hype-Moment jetzt gerade zu Ende war. Es werden noch viele weitere kommen. Ich verstecke mich jetzt erstmal hier im Bischof. Und ruhe mich aus.